Ja moin, zurück in Ende Episode 6, Katz und Maus. Sieht in der Fan hier. All hell's about to break loose. The solar energy matrix is activated. Satellites have destroyed Terragracia. Boss, get us out of here. Sorry, but I can't authorize that. Resident Evil Revelations. Ja, willkommen zurück. Wie gesagt, Episode 7. Eben gerade haben wir 6 zu Ende gespielt. Regia Solis. Sir, what is going on? Gut, und wir beginnen da wo war. Chris is traveling by sea. He won't reach you in time. Chris? He's alright? No time to explain. I'll do what I can to stop the attack. O'Brien out. Ja. Wir beginnen da wo wir aufgehört haben. Ja, wie immer. Ja. Es gibt nur eine Sache, was du tun kannst. Es ist das Satellites-Targetungssystem. Und wie machen wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich kann das herausfinden. Geh zurück in den Moment. Ich werde dich bald wieder radioieren. Gut, alles klar. Ja, ich hasse das immer. Ich will immer was erzählen und dann labere ich den Leuten ins Wort. Und eigentlich will ich den Leuten nicht ins Wort labern. Weil was die labern, das möchte ich schon, dass ihr das hört, damit ihr auch was von der Geschichte mitkriegt. Aber gut. Passiert. So, hier haben wir noch was zu scannen. Geht. Mg ist immer gut. Mg ist immer gut. Mg ist immer gut. Sag ich doch gerade. Wann sagen wir nix. Gut. Und jetzt können wir diesen Fahrstuhl wieder benutzen. Mit dem wir auf dem Deck landen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß vieles nicht. Ich weiß was du musst. Du kannst den UAV benutzen. Den UAV? Es ist ein Dronenpläne auf dem Land? Ja. Ja. Veltro benutzt ihn, um ihre Angelegenheiten vorzunehmen. Es ist in einem Container auf dem Vordack. Die UAV kann ein Schaft, das wird das Satelliten-Targeting-System entfernen. Okay. Das ist, wo wir gehen. Großartig. Das ist toll. Oh. Gut. Aber zuletzt gerade erst Sachen hatten, die scheiße waren. Ähm. Gibt jetzt wieder was, was scheiße ist. Das glaube ich. Ich hoffe nicht, aber ich glaube. Guck mal. Die Dronen sind im Vorderdeck. Ja, ist ja schön. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber das Vorderdeck war doch, glaube ich, war das nicht die, da wo wir diesen Pumuggel getroffen haben letztes Mal? Also, das erste Mal. In der Meinung schon. Jahre später. Achso, übrigens, falls ihr hier in dem Video, falls, muss nicht sein, ich sag's nur mal so vor. Falls euch hier oder im letzten Video schon Brummen aufgefallen ist. Ein hintergründiges, kein schlimmes. Ähm. Das liegt am Ventilator des PCs, in dem ich... Oh. Ja, das liegt am Vibrator, am Vibrator, am Vila... das liegt am Ventilator des PCs, mit dem ich meine Stimme... meine Stimmenspur aufnehme. Warte mal. Und das wird auch für diesen Walkthrough... danke. Das wird für diesen Walkthrough auch nicht mehr sich ändern. Ähm. Da ich gerade weder Zeit noch Geld habe, meinen Laptop, ähm, jemanden reparieren zu lassen für 50 Euro die Stunde oder sowas. Der mir dann, wenn ich Lato wechseln, wahrscheinlich absichtlich länger brauche, als er eigentlich bräuchte. Dazu müsste ich einen Ventilator auch kaufen. Und so Mikrosachen, Minisachen, die passen mir immer Geld ohne Ende. Ähm. Gut. Nur, dass ihr das wisst. Und, äh, das... Da kann ich auch... Da kann ich auch getippt so weit weg sein, wie ich will. Jawoll. Gut. Schön. Warum liegt der hier? Warum steht er nicht auf? Oh. Ich schätze, wir werden es noch erfahren. Mission. Gut. Jetzt sind wir auch da... Ich hab's noch gesagt. Na, jetzt sind wir wieder da, wo ich am liebsten bin. Nicht. Auf der Promenade. Oh. Das... Ist nicht so gut. Oder hinten geht das Licht an. Ah ne, es flackert. Da liegt auch schon wieder einer. Ihr seht also die, die normalen Gegner, die hier kommen. Oder die ersten. Sind das die normalen? Sagt man dazu die normalen. Weil die Standardgegner, die hier kommen, sind leider, äh, nur, ähm, Lutscher. Ist das noch offen? Ne, das ist zu. Das heißt, wir müssen dort lang, wo wir letztes Mal, ja quasi, ja nicht entkommen, aber... Wo wir letztes Mal von der anderen Seite lang gegangen sind, um hierher zu kommen. Was ja auch ganz logisch klingt. Ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber ich muss ja irgendwas erzählen. Ah, ja, so war das. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Geh. Das ist gar nicht gut. Ah. Das ist nicht gut. Geh. Okay. War für den Anfang doch ganz okay. Wo ist die Droge? Oh, ne. Scheiße. Oh, jetzt hab ich ja schon wieder ein Herzrasen. Oh. Oh. Hier können wir jetzt die Karte benutzen. Und erhalten auch einen Custom Ice Kit. Die goldenen sind übrigens, falls wir noch keine hatten, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Das sind die, ähm, wo es das beste Zeug drin gibt. Also die besten Erweiterungen sozusagen. Jetzt gucken wir hier nochmal den Kack ab. Magnum Munition. Ich hab keine Magnum. Aber danke. Ich würde aber gerne eine haben. Also. Wenn er mir eine gibt, dann, äh, ich würde sie nicht, oh. Ich würde sie nicht, ähm, auf die, auf die, von der Bettkante stoßen, sagen wir mal. So, hier geht's raus. Ähm, jetzt werden wir wahrscheinlich auch von einem Jahr, werden wir. Natürlich. So, jetzt aber. Ach, geschmeidig wollte ich grad sagen. Wenn diesmal auch werden. Ja, diesmal sind wir ein bisschen besser gerüstet, wie ihr gesehen habt. Ähm, und hoffen diesmal versauen wir es nicht. Ich bin jetzt hier und sammeln. Ich brauche natürlich. Aha. Macht er denn da schon wieder? Er steht rum. Die Ölgötze. Ja. Oh. Nein. Weiche. Wow. Ich wundere das. Oh. Alter, was für eine... Schussra... Feuerrate der hat. Das ist auch ein Laufweg. Oh, jetzt nimmt er die Flinte mal raus. Dankeschön. Ich würde noch ein paar Gegner mehr ballern, auf die ich sowieso schon ballern gebe. Arschling. Oh, fuck. Jawoll. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Das, obwohl ich hier das gleiche mache, was ich vorher gemacht habe. Oh. Das gibt's gar nicht. Das bleibt mir vom Bus, Alter. Oh, hab er nicht gleich noch 10 mehr auf einmal geholt. Oh, Drohnen... Drohnencontainer öffnen. Okay. Drohnencontainer öffnen. Okay. Gut. Und dazu können wir das jetzt wieder weglegen, weil wir die echt, ich hab's euch ja ein paar Mal gesagt, nicht oft brauchen. Gar nicht oft. Ähm. Ist halt wirklich einfach nur so, dass man die für gerade, ich glaube das hab ich sogar auch gesagt, man kann sie gerade für die Handlage brauchen. In jedem Abschnitt, wo diese eben kommen. Aber ansonsten eher nicht. Over here. Thank God. Huh. What could the PSAA want with me? Ah, how long has it been? One whole year? I hate to disappoint. But you're too late. Ja, und das war dann Kapitel 1 der siebten Episode. Ein, leider einen weiteren Tod, aber das, ja, wir sind da am Ende sowieso anscheinend nicht mehr wenig. Ich werde mal über meine Zehnerquote komme ich wieder. Falls ich nicht schon... Wir brauchen dieses Launch so weit wie möglich. Alles bereit zu gehen. Better late than never. Quint. We're good to go. Okay. The remote pilot controls are in the ship's hold. That's why it's remote. Go through the side deck to get to the hold. You could've told us sooner. See us. Ach. Ach. Ja, machen wir. Jackass. Ähm. Natürlich ist die Fernsteuerung zur Drohne im Kielraum. Oder ne, war's der Tinder? Ich hab irgendwie aufgepasst. Eins von beiden ist ja auch egal. Eins hat er, eins hat ich. Ähm. Und wir dürfen mal wieder zum Kielraum. Pfff. Der Kielraum, der, ähm. Jill! This way is faster! Stick with me! We don't have any time! Genau. Wir können einen kürzeren Weg zum Kielraum nehmen. Das hat auch eben Esel schon gesagt. Und dass wir manchmal... Dass wenigstens als Wegweiser diese NPCs in Ordnung sind. Wollen Sie fragen, warum ich Regia Solas deploye? Ja. Was hat dich spooked? Ist es nicht ein bisschen premature, um die Wrath of God zu nennen? Hm. Satellite Targeting System. Enter Authorization. The time has come, O'Brien. Abandon hope, all ye who enter here. Authorization approved. Firing Laser. Oh, oh. Jetzt wird's eilig. Fünf Minuten, natürlich. Ist ja logisch. Und ich werde das in diesen fünf Minuten nicht packen. Und mein... Steak funktioniert mal wieder nicht. Äh, mein Steak, meine Taste. Ich bin ganz nervös vom letzten... Kapitel. Ich bin eigentlich ganz zeitnervös, weil ich den Bock hab zu sterben. Und was trotzdem an der Wand mache. Ich werde mir jetzt auch nicht nebenlassen, hier ein paar Sachen einzusacken. Oh. Oh, ein Explodierender. Gut, das ging gut. Jawoll, das ging auch gut. Ja, ich werde mir auf jeden Fall nicht hinlassen, so ein paar Sachen zu holen. Oh, Mann. Oh. Gut. Ja, das... Es ist schön, dass du mir Hinweise gibst. Nein! Ja, gut, wesentlich können wir uns... Ähm... Vor... Ja, laufend... Gehend bewegen, während wir nachladen. Das ist ne ganz nette Neuerung. Oh, ei! Oh! Oh! Ich bin weg. Und er ist drin. Juhu. Wir sind weg. Komm schon, du willst hier nicht sterben, oder? Ich bin weg. Dauert auch gar nicht lange, bis das lädt, Alter. Okay, jetzt wird's wieder... Oh, krass. Krass. Ja, klasse. Seid schnellst... Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist gut. Ja, ja, ja... Weg. Gut. Nur auf jeden Fall, dass ich... Ich denke, ich werde geschnitten haben. Ähm... Aufgrund der Tode. Ihr habt nichts verpasst. Ähm... Ich mache das jetzt zum dritten Mal gerade. Ähm... Ich wusste am Anfang nicht mehr, was ich machen muss. Deswegen bin ich da sogar rumgerannt, wie ihr gesehen habt. Ähm... Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir jetzt das Toolkit nochmal geholt habe. Au. Mann, geh doch weg. Kommt die Schlampe, muss nur ausweichen. Ja, ich wusste nicht, was ich genau machen muss. Bin überall hängen geblieben. Mal hier, mal da. Dann waren so viele Gegner. Dann war ich von der falschen Seite hinter den Containern. Wusste nicht, wie rum richtig ist. Dann bin ich in das reingerannt, was jetzt kommt. Oh, Mann. Bin noch da rein und war dann instant tot. Und, naja... Ja. Alles schön. Verpiss dich doch mal, du Schlampe. Oh. Oder... Eigentlich hatte ich Glück gehabt. Dass er das gemacht hat noch. Ach? Oh. Oh. Ich weiss. Dies sind die Kontrollen. Komm doch. Mach es. Alles klar. Gut. Wir haben es... überstanden. Oder wie Hansi Küpper Was ist das? Ja, oder wie Hansi Kippa in FIFA sagen würde, alles gut, nichts passiert, äh in PS. Ja, das ist Episode 7, Regia Solis Ende. Also wir haben eine Episode komplett in einem Video gemacht, das werde ich auch so lassen. Es ist ja nämlich gerade, wenn ich hier was rausschneide, dann komme ich auf ein bisschen über 20 Minuten, das ist gut. Ja, damit würde ich sagen, war es das für heute. Ich habe die Schnauze voll, ich hoffe ihr nicht und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann heißt es bis zum nächsten Mal, euer D'Shepid82. Frohe Weihnachten.